Holt die Lederkondome raus. Es ist 1493 und Christopher Kolumbus hat rumgebumst. Die Infektionszahlen für Syphilis steigen gerade weltweit enorm. Wie oft soll ich es euch noch sagen? Bitte Leute, verhütet, macht regelmäßige Checks beim Arzt. Ich weiß, es ist schwer, weil es kommt da irgendein Hotter Dings in deine DMs geslidet mit so einem One-Piece-Zitat. Ich weiß doch, wie es ist. Also ich weiß nicht, wie es ist, aber du landest dann am Ende im Schlafzimmer bei so einem Fast & Furious-Filmplakat über dem Bett. Leute, bitte geht zum Arzt, lasst euch checken, macht nicht so weiter, sonst fallen euch die Genitalien ab. Peace out.